Musik 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 Bei Basketball, yeeeey! Ich baller wie weg! Da spielt er einfach den Fraser. Schreck wie er ist. Mit seinem Skin. Guck mal, ich hab auch einen Skin. Juhu! Nimm meine Waffen, die auf dem Boden liegen. Hier, schenke ich dir alle. Hier? Achtung. Ach doch, die kenn ich nicht mehr. Alter! Fahrer! Please! Ich hasse dich! Ich habe eine Grafik im Moment bei mir! Heeeeh. Heeeeh. Es gibt разные Raketen. Raketen. ... ... ... ... Oh man, die Fahrer! Ey, ich schwang wie vor dem Typen und sie... Frag diese. So scheiße. Oh nein, du bist hier ruhig. Nein, ich hab sie nicht mitbekommen. Oh, weg, weg. Tötet den Eisblock. Hab sie. Achtung, Reinhardt kommt. Und zwar hart. Dann munster mal kurz. Hast du das von oben? Ja, hab sie gesehen. Ist sie tot? Kann man als Tracer so lange überleben? Ja. Ja. Oh oh. Okay, hallo. Hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Kann es sein, dass ihr euch gestern gelaggt habt? Ging so. Aber es ist gerade ein schlechter Zeitpunkt, weil wir spielen. Ich meine, ich frag mich, ob ihr gelaggt habt gestern. Ja. 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 Ich bin ein für in dennaht. Ja. 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 ε. Oh nice! Oh nice! Oh nice! Das ist eine Symmetra Sie hat da auch einen Teleporter hin Boah! Die Welt kommt Gewonnen? Ja Oh shit, Alter Heitladung nicht! Ne, ne, es kommt noch eine zweite Runde, das ist dieses Best out of two Eine halbe halbe Oh, er hat einen Sticker platziert Yannick! Was? Floop! Weil ich kann den Ball Nein, ich will den Ball spielen Ey, das ist lustig, du kannst hier Sachen kaputt machen 4 3 2 1 Yeah! 1 2 2 3 4 5 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 6 5 5 6 7 8 9 10 11 11 12 7 12 7 8 7 9 10 10 11 12 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 17 14 15 So, ich hab Ulti gemacht, und der Reinhard ist dann da dran gestorben. Alles klar! Und ich bin aber auch gestorben. Nimm das Objekt, ja. Ey, ich hab Rebo ult. Nice. Also das bloß. Rebootier mich da jetzt mal hoch. Und wenn's da kommt, mach ich... Ah, waaahhhhhhhhhhhhhh. Ja, so missed. Alter, was... F***, was ist das denn da? Was ist das denn da? Was ist das denn da? Oh oh Okay, gut. Lucio hat seine Soundbarriere. Die haben da irgendein Bastion dahinter stehen. Ja, das ist ja egal, wie lange. Ja, ja, was soll ich sagen. Das ist ja nicht der beste Attack Hero. Nee, das ist eigentlich nicht. Oh, wir haben einen Rad. Der macht die ganze Zeit schon Rad. Der macht eigentlich nur Rad. Oh fuck, ein Freund wird contestet von der Maid. Wollt ne? Ne. 15 Player Killstreak hab ich. 15 Player Killstreak hab ich. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Boah, Alter, war das gut von mir. Holy Moly. Oh. Yeah, yeah. Victory. Ne, ich hab grad übelst nice das Schaden von Ding gedodged. Das war richtig geil. Play of the Game? Wer hat das Play of the Game? Ja, Mann. Ja, es ist einfach der Death Klossen. Die, die, die. Die. Haar... Noch ner Match verlassen, oder? Ja, wir müssen, ja... Wir müssen, ja... Wir müssen, ja, Luca ist hier. Ich hab den aber nicht. Ja. Einfachs Mensch, ich. Ich, ich lad euch ein. Ja. Komm gleich! Eine Milchung noch. Neeeein! Haben wir eigentlich gesehen, welche Maps alles gibt? Keine Ahnung. Da kommt Julian wieder vom Essen. Das müssen wir jetzt gleich sein. Flo aufschlagen seit 18 Stunden. Hä? Irgendwie lag das oder so? Weil irgendwie... Der ist ein TZ und eigentlich hat er keinen Internetzug an. Er war gestern aber online. Echt jetzt? Ja. Ich habe sogar mit ihm geschrieben. Echt jetzt? Ja. Ja. Wo kann man eigentlich dein Icon ändern? Achso, du gehst in Career Profile und dann Player Icon oben. Aha. Ah. Nimm ich da für coole Sachen. Klasse ist einfach mega. Das war schon hier beste Reaper-Ultz. Was ich schon gesehen habe, kannst du dir nicht vorstellen, ne? Warum? Keine Ahnung. Einfach, weißt du, wir waren am Gewinnen. Ja. Und dann kommt eine Reaper-Ulti und wir haben verloren. So, weißt du? Yay! Hey! Und eine Lootbox ausöffnen. Ja, Lootbox. Aha, ein Skin. Ich will unbedingt den Al Blanc Reaper. Den weißen? Mhm. Ah, ich will... Ich will einen Junk Red Skin haben. Boah, alter, der... Digga, das ist die Beta. Ja, und? Es wird ja... Es wird ja übertragen. Die Skins halt nie mehr da sein, wenn die jetzt... Doch. Ne, es stimmt. Du willst auch, du fängst ja von vorne an. Denn, ähm... Aber die, ähm... Skins, die wir mit dem Vorverkauf da haben, müssen alle... Ja, ja, die bleiben, alles klar, aber... Der Hofnarr ist so geil. Hofnarr? Ja, von Junker. Der Jokers-Sinn. Die Scarecalls-Skins sind auch lustig. Ja. Oh, Game Joining. Die Breiter. Da bin ich mit Soldier ziemlich gut. Was ist das? Auf Angriff? Angriff. Boah, ich hasse Angreifen. Ich bleib bei Tracer. Die Verteidigung ist da echt besser. Ich spiel da immer, ähm... Hanso. Ja, der Petschen ist richtig geil, ja. Wir haben... Ein paar Angriffshelden, hätt' ich mal gesagt. Ich liebe Lucio's. Ich liebe D.Va. Ich liebe D.Va. Ich liebe D.Va. αι. Weiß du, das ist immer so Behindert. Viele Gegner stellen sich dann einfach da auf mit drei Bastions oder so und ballern sich einfach so. Ich hatte da mal vier Widowmaker stehen. Alle headshotten uns. Ok, ich werd jetzt gleich reinflitzen. Drei... Was? Und... Juuuuh, da bin ich gleich. Oh fuck, da hat ein Tobi an sein Geschütz hingestellt. Was ist denn E eigentlich? E ist so ein hässliches Au. Damit blockierst du Projektile, glaub ich. Auch Heel. Brauch ich auch. Oben ist der Sniper by the way. Ja... Oh, das war knapp. Habe ich? Sie hätte mich fast getroffen, Mann. Ey, ohne deinen Anzug bist du nicht so geil. Ja, wie krieg ich eigentlich den Anzug wieder? Mach Schaden und dann machst du mit deiner Ulti den Anzug. Was? Warum? Schaden, du musst deine Ulti aufladen. Ach so. Oder sterben. Optional. Ja, ich hab, ich hab Ulti. Aufladen. Ach so. Ach so. Ja, nice drop, okay. Das ist so scheiße. Äh, wir sollten die mal squaden. Ja, irgendwie ist es passiert irgendwie, dass keiner am Ding steht. Nee, wir machen die zwar alle weg, aber greifen sie nicht an, das ist nicht so sinnvoll. Auf. Ich bin ganz klar. Ich bin auf ungefähr so viel zu großen Radios irgendwie. Fuck, Tobian hat mich gepickt. Ich bin ganz klar. Weißt du, ich starte jetzt nochmal ganz von Anfang an, nur weil wir den ersten Checkpoint nicht haben. Ja. Ich bin ganz klar. Ach, das ist ein... Ich bin ganz klar. Ich bin ganz klar, bin ganz klar. Oh. Ja! Ja, ist gut, er ist gut. Helfen sterben nicht. Nein! Ja, ohne zu striper. Es war vermutlich nicht so gut, dass ich in allen drin stand ohne Ulf. Die Leute, die pushen uns zurück, ne? Oh lol, da oben ist ein Ding. Da oben ist ein Bastion. Glaub ich. Ja, ist auch einer. Das ist Reinhard auch. Reinhard hab ich, der ist weg. Das ist ein schönes Aufbau. Oh nein! Geht raus. Oh, oh. Schau mal. Ich war auch hier, Jungs. Was. Wunderbar, ich hab eine 15er Kill-Springer. Ich hab eine 15er Kill-Springer, Alter. Was geht da ab? Oh lol, oben. Oben, oben Leute, Jungs. Oh, Ola. Oh, Mr. Styper. Das war irgendwie komisch, was ich gerade gemacht habe. Oh lol, der Sniper haut rein. Nein, nein. Holy Maudie. Ach, alles klar, die Pracht. Lass die einfach mal so stehen. Alles klar, Lockheuer. Ich brauche Hilfe. Ich habe ihn mit einem Knife geholfen. Ja man. Come on, kriege ich das Highlight? Fies, das Nerf Morgana. Nerf Morgana! NEIN! Ja, das war klar. Das war bestimmt diese eine Szene, wo ich auch gestorben bin. Ja, das war... ja, das war ja. Ja. Oh mich, Alter. Weißt du, das war einfach... Das war einfach gar nichts, ja? Das war eigentlich echt nicht so geil. Hä, warum ist das nur drei Dinger? Drei Karten? Warum bin ich hier, Alter? Hallo? Ich hab zu viele krasse Eliminierungen gemacht. Ja, der Lucio war echt gut. Der Lucio war gut, ja. Junge, ich hab 25 Eliminierungen gemacht, das wollt ihr. Dann bin ich nicht da, weißt du? Da hat auch keine Heiler. Ihr habt ne Lootbox bekommen! Ja, Freude. So. Oh nein, das kann ich. Defens... Spiele immer Hansov. Da spiele ich Soldier. Nee, wir haben eigentlich schon einen Soldier. Wir haben eigentlich schon einen Soldier. Ja nicht, ich hab gedacht, du willst... ja genau. Ich will lieber wieder Tracer. Wir brauchen irgendwas. Noch nen Tank. Mercy haben wir schon mal. Mercy haben wir schon mal. Okay, Reaper war jetzt nicht die beste Entscheidung. He. Reaper... Reaper tankt nicht so viel? Nee, nee, er nicht so. Ja. He-hello. Okay, alle auf das Teil da fiesen. Alle den Shit auf den Haus ballern. Ich hab gleich eingezählt, Alter. Ich hab gleich zwei. Ich hab gleich zwei. Oh, was? Was? Wie kommt die Diva da hin? Hey Jungs, ich hab Hilfe. Ihr... was seid ihr, Alter? Ja, ich bin tot. Ja! Komme! Alle gammeln irgendwo rum und, äh... Äh, ja. Umfordern. Äh... Da hinter uns ist ein Ding, ja. Ja, grad ist rein, wie du ist ja Ult hier rein. Hab das... Alter, was schießt denn alles auf mich? Hör auf! Nicht cool! Ja, ich hätte gesagt, das verlieren wir hart. Teilweise auch da, weil Lukas einfach gegangen ist. Was ist Lukas? Der ist gegangen. Ach so. Oh oh. Irgendwas mache ich hier. Oben. Äh, was ist das denn für der Wolfie? Oh, Heroes never die. Oh, Heroes never die. wirklich mal wieder. Buddhist. Ich habe keinen Ahnung, woher alle einzutreiben. genocide die schere. Aller mal helfer. Ich schieb dich, Tracer Wir haben einfach keinen Tank Oh man Ja ok, das ist ein Minervid Ich hab dich in meinen Augen gemacht! Oh, ich hab einen Double Kill! Noch am Ende gemacht! Na ja... Okay, Equilibrium Der hat einen! Zwei! Ernst? Das war das Highlight irgendwie war ja schon scheiße, Alter! Ja!